hallo heute mal an das video und zwar wie gestern eine funktion auf dem mac benötigt wie mehrere jpegs in pdf umwandeln kann es waren genau es waren ungefähr 30 und haben jetzt gedacht na hoffentlich muss ich das nicht manuell machen ans umwandeln in der pdf über irgendein programm und das dann quasi die anderen dann über ein finder sozusagen zusammen kombinieren es geht einfacher und zwar man markiert einfach alle jpegs in dem fall klickt rechts schnell aktion pdf erstellen zack hat der pdf das ist genau in der reihenfolge und das ist erledigt das coole ist man kann das auch umgekehrt machen zum beispiel sage ich will 4 3 2 1 sie meine dokumente haben drücke die command taste wähle das dokument mit 4 3 2 1 aus macht das gleiche rechts pdf erstellen und habe dann ein dokument in der umgekehrten reihenfolge also 4 3 2 1 und das ist sehr sehr praktisch weil sonst hätte ich eins umwandeln müssen hätte dann das jpeg nehmen müssen und reinziehen und das war dann halt umständlicher gewesen weil dann habe ich mitunter nicht die gleiche reihenfolge wie sie gern hätte das gleiche funktioniert mit pdf selber also wenn jetzt pdf habe kann ich genauso hergehen die wieder markieren und rechts drauf schnell aktion pdf erstellen was auch noch geht ich kann aus die jpegs noch andere schnell aktionen wählen und zwar ich kann sie einerseits drehen markierung pdf erstellen ich kann ein bild konvertieren und sozusagen das von einem jpeg in eine png umwandeln und auch die größe beeinflussen was ich jetzt noch nie probiert habe wie gut das hintergrund entfernen funktioniert man in fall ist keiner aber das müsste man dann pro foto ausprobieren also ich hoffe das kann jemand genauso weiterhelfen wie mir und ja danke und ciao